Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So, meine Damen und Herren, das waren jetzt 410 Kilogramm. Wenn ihr euch das vorstellt, das ist fast zweimal dieser Stein. Aber 410 Kilogramm ist warm, macht gewicht. Oder wollt ihr nochmal 100 Kilogramm mehr? Seid ihr gut drauf? Haben sie doch Micky Mahnhardt aufgeht. Wir nehmen alles auf die Hände nach vorne. Und das ganze fest zählt. Alle miteinander. Meine Damen und Herren, einen riesen Applaus. Über 1000 Punkt. Micky Mahnhardt und Hans, der Rieser der Leiter. Das war das? 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 wie man Körper genießt.